Und was ich mir halt schon auch denke, so blöd sich es anhört, aber ich rate Barcelona gerade nicht wirklich. Ich auch nicht. Also ja, real schon. Also das 4-1 ist jetzt für mich nicht so eine Orgeüberraschung, dass ich sage, oh mein Gott, Alter, Machtdemonstrationen, niemand hat damit gerechnet. Naja, es kann ja eine Machtdemonstration sein, auch mit der man rechnet. Ja, eh. Aber ich meine, es ist jetzt kein 8-2 gegen Barcelona gewesen. Es ist kein 8-2, aber das war auch eine Machtdemonstration, mit der man so nicht gerechnet hat. Das stimmt. So gesehen war das nicht unbedingt ein gutes Beispiel. Aber ich verstehe, dass man es als Bayern-Fan immer wieder aufbringen will. Ich kann auch über 7-1 on aggregate reden, ein paar Jahre früher. Das ist auch ein schönes Thema. Ich kann auch über 10-2, 3 Jahre hintereinander von Bayern gegen Arsenal on aggregate reden. Das ist auch ein schönes Thema. Aber da ist wieder mal die Qualität von Olivier Giroud rausgekommen. Das ist tatsächlich 5-0 hinten, er macht fetten Zeitvollzieher. Ja, ich bin so gut. Bam, Alter. Entweder bei 14-0 oder bei 5-1. Er macht immer banger. Unwichtige Tore, aber. Ja, aber die zieht er halt richtig durch. Die zieht er richtig durch. Du hast den Chef, Alter. Ja, Giroud schon got potential. Ja, Alter, wenn Giroud retiert, müssen wir eine Special-Folge einfach nur über ihn machen. Auf alle Fälle. Ja. Vielen Dank.